Hey, was machst du hier? Ich schreibe ein Gedicht hier. Ich darf das. Ich bin in der Nationalmannschaft. Wie, Nationalspieler? Ja, in der Schriftsteller-Nationalmannschaft. Hallo, ich bin Ibo Traore, 31 Jahre alt, Fußballspieler für Borussia Mönchengladbach. Ich bin in Frankreich geboren und aufgewachsen. Als Junge wollte ich immer Schriftsteller werden. Deswegen treffe ich mich heute mit einem Schriftsteller, Johann. Hallo, ich bin Johann Reisser, 39 Jahre alt. Ich bin Schriftsteller, lebe in Berlin. Ich bin aufgewachsen in Bayern. Mein Käfig war in Lamberts-Neukirchen. Ich spiele bei der Schriftsteller Nationalmannschaft. Und ich wollte mich immer schon mal mit einem Profifußballer treffen. Wo hast du denn gesagt, dass du bist aufgewachsen? Lamberts-Neukirchen? Lamberts-Neukirchen, genau. So ein ziemlich kleines Dorf, das 140 Einwimmer ungefähr. Auf dem Fußballplatz habe ich viel Zeit verbracht in meiner Jugend. Ja, ich war. In Paris. Und da haben wir nur Fußball gespielt. Wie viele Leute wart ihr immer? Immer rund 50 Leute. 50 Leute. Ja, immer fünf Mannschaften, zehn Spieler. Oh, wow. Wir hatten immer die gleiche Regel. Entweder zwei Tore oder zehn Minuten. Und wenn nach zehn Minuten keine Mannschaft hat einen Tor geschossen, dann gehen wir beide raus. Und wie viel wart ihr? Wir waren immer ganz wenige. Deswegen musste ich jeden Tag immer mitspielen. Manchmal hätte ich lieber ein Buch lesen wollen. Habe ich auch gewartet. Aber wegen der Schule erst mal. Und dann mehr und mehr für mich selbst. Cool. Was hast du gelesen? Oh ja, immer sehr viel über Philosophie. Ja? Das habe ich auch studiert. Ah. Ich schreibe seit ich 16 bin. Ja? Okay. Da habe ich immer ein Buch mit dabei und ich schreibe verschiedene Sachen. Schreibst du über Fußball dann auch? Ich schreibe viel. Also es kommen immer so die gleichen Themen. Also immer so, was Liebe ist und Zeit. Okay. Und viel über Zeit. Warum schreibst du was? Ich schreibe, weil ich mag Freiheit. Und Schreiben ist Freiheit. Okay. Und für mich ist es so, dass ich kann schreiben, was ich will. Mhm. Wie ich will. Ob es stimmt oder nicht stimmt, das ist nicht interessant. Aber das gibt mir Freiheit und das gibt mir auch Ruhe, dass ich schreibe. Oh, wenn es sind nur meine Gedanken, dass ich meine Gedanken irgendwie ausdrücken kann. Mhm. Deswegen ist Schreiben für mich sehr, sehr wichtig. Und seit ich klein bin, ich wusste, dass ich für mich persönlich immer so eine Art haben musste, wie ich diese ganze Freiheit habe. Und da kann ich mir alles wirklich zutrauen. Und da muss ich mich zu keinem anderen Menschen beweisen. Okay. Ibo, du hast gemeint, dass du schon immer geschrieben hast, aber du bist dann doch Fußballprofi geworden. Also das ist mehr so eine Glückssache, ein Glückfall würde ich sagen, weil, wo ich nach Berlin gekommen ist, zum Probetraining, ich hatte keine Erwartung irgendwie Profifußball zu sein. Ich wollte an dem Zeitpunkt wirklich Schriftsteller sein, habe Philosophie studiert. Und dann habe ich einfach dieses Glück gehabt, dass jemand gesehen habe und an mir geglaubt habe und gesagt, ja, ich glaube, du kannst Fußballprofi sein. Okay, okay. Du wirst sagen, das war wirklich ein bisschen Glück, dass es dann geklappt hat in dem Moment. Ja, Glück gehört immer dazu. Kann man sich das nicht erzwingen, würde ich sagen. Es kommt oder es kommt nicht. Bin ich sehr froh, dass ich nicht zum Beispiel ein Leistungszentrum war, seit ich 14 Jahre alt war und nur fokussiert auf Fußball. Sonst hätte ich das Fußball auch anders gesehen, als wie das Fußball jetzt sieht. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, weil ich sehe, wie es sich entwickelt, wenn man seit 14 Jahren bis zum 34, 35 permanent mit diesem Druck umgeht. Und deswegen, ich spüre nie Druck. In dem Sinne, das ist wie alles ein bisschen ein Bonus für mich. Und ich mache meinen Weg und wenn ich nicht Fußballspieler sein sollte, dann hätte ich sicher was anderes gemacht, das mir auch gefallen hat. Ibu, wie war das bei dir so? Gab es da bestimmte Leute, die dich dann gefördert haben, die dich unterstützt haben oder dich irgendwie entdeckt haben? Ja, also meine ganze Familie in erster Linie. Meine Mutter, mehr als alle anderen. Und alle mein Bruder. Wie gesagt, ich habe gesagt, ich wollte nicht unbedingt Fußballprofi werden. Aber ich wollte immer besser als mein Bruder. Okay. Ist er älter als du? Die sind älter als ich und die waren besser als ich. Okay. Aber ich bin der Einzige, der ein Profi geworden ist. Das heißt, es ist auch Arbeit da drin. Wie hast du dann so rausgefunden, was der richtige Weg für dich ist? Dass du zum Beispiel nichts als Nachwuchsleistungszentrum gemacht hast und einen anderen Weg gesucht hast? Also ich habe das erstmal so für mich selbst rausgefunden, weil du bist auch abhängig von anderen Leuten. Das Nachwuchsleistungszentrum sind Leute, die da sind und die wissen besser als dir, ob du da passt oder nicht. Und die entscheiden, ob du reinkommst oder nicht. Die haben immer zu mir gesagt, ich bin zu klein, ich bin nicht gut genug und alles. Und das habe ich aber nicht genommen als so eine Schwäche, sondern als irgendetwas, was mich stärker macht. Und dann habe ich dann auch gelernt davon. Und dann habe ich mich festgestellt, dass ich liebe Fußball. Ich möchte wie jede Kinder Fußballer sein. Aber ich werde nicht in irgendetwas reinlaufen, das vielleicht nicht funktionieren würde. Und würde ich dann alternativlos. Und das wollte ich nicht haben. Und wie gesagt, ich mag Fußball. Ich mag auch Schule eigentlich. Schule hat mich sehr interessiert, weil ich habe übertrieben viel gelernt in der Schule. Und ich wollte immer lernen. Ich wollte immer neue Sachen wissen, immer lernen. Und ja, es ist gekommen, dass... Ich wollte auch irgendwann ein Schriftsteller sein. Und das war auch meine andere Alternative. Das heißt, ich hatte entweder für Fußball oder als Schriftsteller zu sein alles gegeben. Aber ich glaube, was mir geholfen hat, ist, dass wenn es nicht funktionieren wäre, das war für mich nicht schlimm. Weil ich hatte einen Plan B. Deswegen habe ich gesagt, habe ich hier meinen Plan B, weiß ich was, ich werde danach machen. Ja. Ibo, wenn du dich entscheiden könntest, dass du zwischen... dass du ganz großen Erfolg hast in einer Sache oder eine Sache machst, die sich so wirklich glücklich macht, so eine Leidenschaft, wie würdest du dich entscheiden und warum? Ja, ich würde mich... Das ist eine schwere Frage. Ich würde mich aber, ich glaube, für was mir Leidenschaft ist. Deswegen, ich weiß, wie jeder andere will, meinen Erfolg haben und Titel gewinnen und alles. Ja. Deswegen spielen wir auch jeden Tag und das machen wir sehr seriös. Mhm. Wenn es nicht der Fall ist, muss man einfach das Gefühl haben, dass wir alles gegeben haben und alles versucht haben. Es hat halt nicht funktioniert. Mhm. Es ist aber nicht das Ende der Welt. Ja. Das Leben geht immer weiter. ine Huiz. Ja, meine Huiz. Das Leben geht auch ganz in diesem Jahr. Es ist et du jauner will, neben dem Frequeren. Vielen Dank.